Gerade erst hatte sie noch einen Lauf und nun ist schon wieder Schluss. Schlagersängerin Kerstin Ott hadert momentan am Schreiben von Songs, trotz ihrer Selbstfindungsreise in Portugal. Sängerin Kerstin Ott hat nach einer großen Reise zu sich selbst und auch wieder neue Inspiration gefunden. Doch das sollte leider nicht so lange anhalten. Nun äußert sie sich erneut zu ihrer Blockade und was genau das Problem der Schlager-Ikone ist. Diese Reise sollte Kerstin Ott eigentlich bei der Blockade helfen. Zuletzt war Schlagersängerin Kerstin Ott auf einer der größten Reisen ihres Lebens. Sie verabschiedete sich kurzweilig von der Bühne, um eine Selbstfindungsreise anzutreten. Ganze 155 Kilometer wanderte die Schlager-Ikone durch Portugal. Die ausgiebige Auszeit diente der Sängerin, um ein wenig runterzukommen und wieder Fuß in ihrer Karriere zu fassen. Bis dato sah es bei der 41-Jährigen mit dem Schreiben neuer Songs noch gut aus. Ich fange jetzt gerade wieder an, neue Ideen und Eindrücke zu sammeln. Die Songs bekommen wieder eine neue Idee und werden ein bisschen schwungvoller sein. Die Pilgerreise diente ihr als Inspiration und sollte für einen frischen Bühnenstart sorgen. Doch nun verrät sie, dass alles doch nicht so schön ist, wie es scheint. Die Sängerin gibt in der WDR-Show Böttinger Wohnung 17 Preis, dass sie gerade in einer unschönen Songblockade stecke. Manchmal sitze ich da und sage, ich würde so gerne mal ein Partylied schreiben. Aber das, ich kann das nicht. Ich kann keine Partylieder schreiben. Ich habe jetzt schon das Glück gehabt, dass viele irgendwie dann doch ein Party-Hit geworden sind. Aber das ist jetzt nicht so, selbst wenn ich mir vorstelle. Ich mache jetzt einen Song. Der hat 128 BPM. Dann ist da trotzdem Melancholie drinne, erklärt die Schlagerkanone. Schon seit längerer Zeit will sie mehr Pep in ihre Hits bringen. Aber es gelingt nie so richtig. Hoffentlich klappt es bald. Sonst muss eine zweite Pilgerreise her.